Als eine Busfahrerin zwei Kinder sah, die alleine im Schnee herumliefen, machte sie sich Sorgen um deren Wohlergehen. Doch was sie dann tat, wird dich wirklich überraschen und deinen Glauben an die Menschheit wiederherstellen. Im Laufe der Jahre hatte Nicole Chamberlain viele seltsame und ungewöhnliche Dinge gesehen, als sie mit ihrem Bus auf ihrer üblichen Route durch das eisige Wisconsin fuhr. Sie hatte Autounfälle, Schlägereien, Betrunkene und verliebte Menschen gesehen, aber an diesem Tag war sie schockiert, als sie zwei kleine Kinder auf der schneebedeckten Straße entlanglaufen sah. Sie waren zu jung und zu klein, um allein durch die verschneiten Straßen zu laufen. Es war ein kleines Mädchen, das noch im Kleinkindalter war, und ein kleiner Junge. Das Mädchen hatte nur ein T-Shirt und eine Windel an und keiner der beiden hatte eine Jacke an. Ihre Verletzlichkeit und die Tatsache, dass sie sich auf eine vielbefahrene Kreuzung zubewegten, beunruhigten Nicole und in ihrem Magen bildete sich ein Knoten der Sorge. Sie wusste, dass es in der Nähe keine Schulbushaltestelle oder Schule gab, was ihre Anwesenheit noch rätselhafter machte. Was Nicole wirklich erschütterte und ein Gefühl der Traurigkeit und des Unbehagens hinterließ, war die Tatsache, dass die anderen Menschen auf der Straße die Kinder, die ganz offensichtlich fehl am Platz waren, völlig zu ignorieren schienen. Ein paar Leute schienen einen Blick auf sie zu werfen, aber niemand ging nach ihnen sehen. Auch viele Autos fuhren vorbei, aber niemand hielt an und stieg aus, um zu fragen, ob es den Kindern gut ging. Das brach Nicole wirklich das Herz. Da sie selbst Mutter ist, schaltete ihr Beschützerinstinkt auf Hochtouren, denn sie fühlte sich für die Kinder verantwortlich. Sie ignorierte das Stöhnen einiger Fahrgäste in ihrem Bus und das wütende Hupen der vorbeifahrenden Autos, die nicht wussten, warum der Bus in einem nicht ausgewiesenen Bereich hielt, und beschloss sofort zu handeln. Mit besorgtem Gesichtsausdruck fragte Nicole die Kinder sanft, ob es ihnen gut ginge und ihre Stimme klang beruhigend in der frostigen Atmosphäre. Mit ihren zerbrechlichen Stimmen, die im Winterwind kaum zu hören waren, erklärten sie mit klappernden Zähnen, dass sie verzweifelt auf der Suche nach ihrer geliebten Großmutter waren. Sie hatten ihr Haus vor einiger Zeit verlassen und konnten es unter all dem Schnee nicht mehr finden. Die Unschuld in ihren Augen zerrte an Nicoles Herz und veranlasste sie, für ihre Sicherheit zu sorgen. Verwirrt von ihrer seltsamen Situation suchte Nicole die Umgebung ab, wobei ihre Augen von einer Ecke zur anderen huschten, in der Hoffnung, einen Blick auf ihre vermisste Großmutter zu erhaschen. Doch in der einsamen Winterlandschaft war keine vertraute Gestalt zu sehen. Entschlossen, sie nicht den rauen Elementen auszuliefern, übernahm Nicole schnell das Kommando und versicherte ihnen, dass sie ihnen helfen würde, ihre Großmutter zu finden und sie alle in Sicherheit zu bringen, weg von dem immer schlimmer werdenden Wintersturm. Ohne einen weiteren Moment zu verschwenden, nahm Nicole die Zweijährige in ihre fürsorglichen Arme und vermittelte sofort ein Gefühl der Sicherheit und Beruhigung. Als sie den zögerlichen sechsjährigen Jungen mitfühlend in die Wärme und den Schutz ihres Busses führte, kamen Nicoles mütterliche Instinkte erst richtig zum Tragen. Als sicherer Hafen sorgte sie dafür, dass die beiden bequem Platz nehmen konnten und bot ihnen sanfte Worte des Trostes und ein beruhigendes Lächeln. Mit einem Gefühl der Dringlichkeit und Entschlossenheit wählte Nicole schnell die Notrufnummer. Ihre Stimme klang mit einer Mischung aus Überzeugung und Sorge, als sie der Polizei die beunruhigende Situation schilderte. Ihr Herz war schwer vor Sorge um die unschuldigen Kinder. Sie drückte ihre tiefe Besorgnis und ihren Wunsch nach ihrem Wohlergehen aus, während sie leidenschaftlich die Umstände schilderte, die sie in eine so prekäre Situation gebracht hatten. Eine Kamera im Bus, deren Objektiv die Szene perfekt einrahmte, hielt den unglaublichen Akt der Freundlichkeit fest, der folgte, als Nicole schnell ihren eigenen Mantel ablegte, um die zitternden nackten Beine des Kleinkindes zu bedecken. Obwohl die erbarmungslose Kälte draußen noch immer an ihrer eigenen zarten Haut nagte, war Nicoles unerschütterliche Entschlossenheit, diese schutzbedürftigen Kinder zu beschützen, ihr wichtigstes Anliegen. Die verschiedenen Fahrgäste im Bus konnten nur staunend und mit bewundernden Augen zusehen, wie ihre Busfahrerin das kleine Mädchen und ihren Bruder furchtlos und selbstlos vor dem unbarmherzigen, eisigen Wetter draußen schützte und ihnen stattdessen ein wenig Wärme und Liebe schenkte. Die Polizei traf bald darauf ein und während ein Beamter die Kinder in Decken einwickelte und mit ihnen sprach, nahm der andere Beamte die Aussagen von Nicole und ihren Fahrgästen auf. Doch gerade als sie die Kleinen abführen wollten, kam die dankbare und sichtlich verzweifelte Großmutter der Kinder herbeigeeilt und suchte verzweifelt jeden Winkel nach ihren geliebten Enkeln ab. Ihr Herz raste, als sie die Umgebung absuchte, in der verzweifelten Hoffnung, die Kinder unversehrt zu finden. Vor lauter Erleichterung kullerten ihr die Tränen über die faltigen Wangen, als sie die Kinder endlich erblickte. Zitternd aus einer Mischung aus Kälte und Rührung ging sie schnell auf die Polizisten zu und erklärte mit zitternder Stimme die herzzerreißende Kette von Ereignissen. Sie erzählte, dass sie im Keller eifrig einer Hausarbeit nachgegangen war und nichts von der Gefahr wusste, die sich über ihr zusammenbraute. Es war eine unvorstellbare Fügung des Schicksals, dass ihre jüngste Enkelin es geschafft hatte, nach draußen in den Schnee zu laufen und erst ihr ältester Enkel, getrieben von einem unerschütterlichen Sinn für Loyalität, ihr dicht auf den Fersen war. Die Kinder wurden von einem Sanitäter untersucht, der zum Glück feststellen konnte, dass sie keine ernsthaften Folgen des Wetters erlitten hatten. Zum Glück waren sie noch nicht lange unterwegs, als Nicole ihr Herz und ihren Bus für sie öffnete. Die Polizeibeamten zeigten Verständnis für den Fehler der Großmutter. Sie empfahlen ihr, keine Anklage zu erheben, forderten sie aber auf, besser auf ihre beiden abenteuerlustigen Enkelkinder aufzupassen. Während die Behörden für die Sicherheit der Kinder sorgten, verbreitete sich Nicoles schnelles Denken und ihr Mitgefühl wie ein Lauffeuer in der Gemeinde. Fremde, die von Nicoles Handeln berührt waren, spendeten für die Familie warme Kleidung, Decken und andere notwendige Dinge. Inspiriert von Nicoles außergewöhnlichem Akt der Freundlichkeit, erkannte der örtliche Schulbezirk sie als Vorbild für die Gemeinde an. Sie organisierten eine Veranstaltung, bei der Nicole geehrt wurde und stehende Ovationen von Schülern, Eltern und Kollegen erhielt. Bei den meisten dieser Veranstaltungen sprach Nicole über die Seite der Geschichte, die sie am meisten verletzte, nämlich die Tatsache, dass niemand außer ihr den Kindern zur Hilfe gekommen war. Sie bedauerte, dass die Gemeinschaft nicht so stark war, wie sie es hätte sein sollen, und dass die Menschen es vorgezogen hatten, ungestört ihren Tag zu verbringen, anstatt zwei extrem verletzlichen Kindern zu helfen. Nicoles Geschichte hatte nicht nur auf das Leben der Kinder, die sie gerettet hat, einen bleibenden Einfluss, sondern auch auf die gesamte Gemeinschaft. Sie erinnerte uns alle daran, dass ein einziger Akt der Freundlichkeit eine Kettenreaktion des Mitgefühls auslösen kann und uns daran erinnert, wie wichtig es ist, aufeinander aufzupassen. Nicoles Selbstlosigkeit wurde zu einem Symbol der Hoffnung und Einheit, das beweist, dass es selbst im kältesten Winter immer warmherzige Menschen gibt, die bereit sind, etwas zu bewegen. Und jetzt bist du dran. Was hältst du von dieser erschütternden Geschichte? Was hättest du getan, wenn du die beiden armen Kinder auf den eisigen, verschneiten Straßen gesehen hättest? Wie immer freuen wir uns, wenn du uns deine Meinung mitteilst. Also hinterlasse uns deine Gedanken und Meinungen unten in den Kommentaren. Wir sehen uns ... ... Untertitelung des ZDF, 2020